Ja, und wir haben eine Reise, um die Industrie zu transformieren. Wir wissen, dass unsere Industrie ein Teil des Problems war und wir wollen eine Teil der Lösung sein. Die erste Option ist, die Reise zu verwenden, um die Reise zu verwenden, um die Reise zu verwenden. Jetzt habe ich hier richtig scheiße gebaut. Wer hätte das gedacht, dass man an einer Nehmaschine scheitert? Sind wir perfekt? Nein, wir sind nicht. Jeden Tag arbeite ich auf viele verschiedene Dinge, um uns besser zu machen. Leute, wir haben 10.000 Euro gerade reingeholt von H&R.